hallo zusammen ich melde mich mit einem kurzen video über den hack des spartan protokolls der dieses wochenende passiert ist das spartan protokoll auf der beinen smart chain wurde gehackt 30 millionen dollar sind weg unbekannten hackern es ist gelungen einen liquidity pool bei sparten komplett leer zu machen und in diesem video möchte ich euch darüber informieren wie herausfindet ob ihr betroffen seid was jetzt genau zu tun ist und was zumindest nach aktuellem kenntnisstand am wochenende da passiert ist das spartan protokoll das ist ein pro eine eine plattform für synthetische assets auf der beinen smart chain ich hatte in meiner in einem meiner vergangenen videos auch darüber schon berichtet ich habe auch selber da investiert und bin auch von dem hack betroffen und ich denke wenn jetzt an der ein oder andere der meine videos guckte auch investiert hat interessiert er sich wahrscheinlich dafür ob er betroffen ist und was er jetzt tun muss deshalb kurz dieses video und zwar was ist also passiert das spartan protokoll das hat ja diese liquidity pools um ihr liquidität einzusammeln die dann bei den synthetischen assets gebraucht werden die synthetischen assets sind noch nicht da wir befinden uns noch in der version 1 des sparten protokolls an version 2 wird gearbeitet und die liquidity pools von version 1 die findet man auf der sparten website hier unter pools hier ist die liste mit den pools und wenn ihr hier in den pool mit dem bnb investiert habt also wenn ihr hier liquidität eingelegt habt dann seid ihr leider von diesem heck auch betroffen und das wird vermutlich auch bedeuten dass eure einlage komplett verloren ist das tut mir sehr leid das sind eben so dinge jetzt kann man natürlich sagen das gehört irgendwie ja zur krypto und zum defy bereich dazu wir wissen ja alle die protokolle die wir hier nutzen die sind teilweise auch noch experimentell und noch sehr jung und da können auch bugs passieren die dann ausgenutzt werden konnten können von hackern das kann man natürlich immer sagen aber es ist natürlich keine schöne sache wenn man wirklich selber davon betroffen ist daher also sorry das ist echt doof und ich weiß natürlich auch wie sich das anfühlt mir ist das schon mehrfach passiert und das ist eben keine schöne sache ja also wenn ihr hier investiert habt dann ist wahrscheinlich eure einlage komplett verloren denn dieser pool wurde geleert über einen bestimmten trick das erzähle ich auch gleich wie die das gemacht haben aber also da gibt es nach meiner vermutung auch echt keine chance dass die es jetzt wieder irgendwie zurückzuholen sind dass sie zurückkommen denn das ist also ein sehr effizienter heck gewesen der auch sehr schnell abgelaufen ist und es ist normalerweise so dass diejenigen die sowas machen auch ganz gut darin sind ihre spuren zu verwischen die wird man wahrscheinlich nicht mehr zu fassen bekommen ihr seid jedenfalls nicht betroffen von diesem heck wenn ihr einfach nur spartan tokens gekauft habt und die in eurem wallet habt also zum beispiel wenn ihr hier in mit der mask irgendwo ein sparten token habt dann oder die sparten tokens noch habt die sind sicher also die tokens gehören euch noch die wir können da auch nicht weggenommen werden und wie es aussieht ist es also so dass der heck auch jetzt vorbei ist also es passiert jetzt nichts mehr das heißt wenn ihr jetzt noch nicht betroffen seid dann wird wahrscheinlich auch erstmal nichts weiter passieren der man muss natürlich dazu sagen dass so ein heck sich auch normalerweise auf den preis des jeweiligen tokens auswirkt der dann in der regel also drastisch fällt weil natürlich große verunsicherung herrscht und das bedeutet also auch wenn ihr einfach nur sparten tokens in euren wallets habt dann kann es immer noch sein dass ihr betroffen seid weil natürlich dann der wert eurer tokens sinken wird das ist zumindest normalerweise so ganz interessant finde ich jetzt hier also ich habe mir die den kurs mal angeguckt der heck ist also jetzt am samstag in der nacht von samstag auf sonntag passiert und inzwischen hat sich der sparten token auch schon wieder ganz schön erholt ist also jetzt über nacht um 40 prozent gestiegen das ist echt total crazy ist weil normalerweise also in einem ich sag mal in einem bear market oder in einer anderen marktphase wäre das also völlig undenkbar da wäre der token erstmal komplett fast auf null gefallen oder er hätte sich mindestens so auf um ein viertel auf ein viertel hätte er nach unten korrigiert und das ist also hier auch natürlich ein eindeutiges zeichen dass wir mitten in der altcoin season sind wie ich in meinem letzten video von sonntag auch schon irgendwie gesagt habe also das protokoll wird gehackt ein liquiditätspool und zwar der wichtigste wird komplett geleert zwei tage später ist der token schon wieder fast auf dem neuen all time high also irre und also man sieht es hier auch ne der token hat also im prinzip richtig zugelegt nach dem heck und das versteht also dass das kann man eigentlich nicht mehr verstehen so was also denn man sieht ja hier ist der heck passiert token stört preis stürzt ab dann bleibt er unten auf dem niveau und zwei tage später ist es so als wäre nichts gewesen naja also darüber mag man jetzt denken was man möchte die seiten ein bisschen vorsichtig also ich würde hier definitiv nicht mehr empfehlen irgendwie diesen token noch zu kaufen denn der heck ist zwar vorbei aber es ist eben noch überhaupt nicht klar wie mit diesem heck umgegangen wird ich finde auch jetzt die art und weise wie vom spartan protokoll hier reagiert wird nicht besonders ich sag mal besonders geschickt oder besonders gut oder wer weiß vielleicht ist es ja doch irgendwie geschickt und zwar wird hier quasi da aufgerufen dass man jetzt also erst recht irgendwie hier bei sparten einzahlen solche steht dass also der may have taken our fans they may have kicked us when we were down they may have thrown shade and spread misinformation but they did not take our souls spartans we will rebuild assemble the shield wall also ich meine man muss einfach mal dazu sagen klar sowas könnte man meiner meinung nach ganz gut machen wenn man also jetzt schon kapiert hätte was ist da genau passiert wenn man schon eine lösung hätte wenn man also im prinzip darauf adäquat reagieren kann aber ein tag nach zwölf stunden vor zwölf stunden also ein tag nachdem quasi 30 millionen dollar durch so einen fehler in deren code verloren gegangen sind kann man das eigentlich nicht machen finde ich also das mag ja jeder sehen wie er will scheinbar ist es eine sehr vielleicht doch eine sehr geschickte art denn es hat ja offenbar funktioniert denn der token ist ja der token preis ist ja offenbar jetzt tatsächlich gestiegen naja das sieht daran sieht man also auch wie crazy im moment diese ganze die die der crypto space ist ja also ihr seid betroffen wenn ihr in diesem liquiditäts pool drin wart ihr seid nicht betroffen wenn ihr einfach nur spartan tokens in eurem wallet habt was ist genau passiert das kann man ganz gut nachlesen bei der seite rekt.news die den die adresse seht ihr hier ich werde den link auch in die beschreibung packen und da rekt.news bekommt man eigentlich immer ganz gute analysen und darstellung von den letzten hacks die passiert sind und hier ist also spartan protokoll rekt wenn man also hier diesen artikel sich anschaut dann wird hier im prinzip erklärt ich mache das jetzt mal ganz grob wenn ihr in den details interessiert seid geht da mal rein also die pack shield das ist auch so ein auditor smart contract auditor hat also schon mal eine analyse eine erste analyse von den vorgängen des war am wochenende hier veröffentlicht und was hier passiert ist ist die hacker haben als allererstes mal einen flashloan genommen bei pancake swap war das und man das heißt die haben sich also hier steht 10.000 bnb geliehen ich glaube aber das stimmt nicht das ist glaube ich ein schreibfehler es kommt auch von der logik her der die hier in diesem artikel aufge erläutert wird das kommt eigentlich nicht hin es müssten es sind wahrscheinlich 100.000 bnb gewesen die als flashloan genommen wurden dann wurden quasi diese 10.000 quatsch die 100.000 bnb die hier im flashloan genommen wurden benutzt um den pool den pool bei spartan protokoll künstlich aufzublähen und dann quasi die preise in diesem pool zu manipulieren und zu verschieben so dass also der hacker dann ist oder die hacker es schaffen konnten hier die ganzen den ganzen pool leer zu machen und das konnte nur funktionieren weil in dem code von diesem liquiditäts pool ein kleiner aber entscheidender programmier fehler drin war nämlich dass hier die in die pool anteile bei einzahlung und bei auszahlung über ich nenne es mal ganz vereinfacht gesagt über eine veraltete token balance berechnet wurden also man kann sich ungefähr so vorstellen wenn man in den pool reingeht dann bekommt man ja einen anteil an den pool an dem pool also ein liquidity share und wie viel wie hoch dieser anteil ist der muss ja berechnet werden und wenn da also eine ein ein status des pools zugrunde gelegt wird der nicht mehr aktuell ist der nicht stimmt dann stimmen natürlich die pool anteile nicht und das kann man also ausnutzen indem man quasi sich mehr auszahlen lässt als einem eigentlich zusteht das ist hier ganz grob passiert die einzelheiten die stehen hier und das ganze ist mithilfe eines flashloans passiert und ein flashloan was ist das das könnt ihr hier zum beispiel in der beinance academy nachlesen what are flashloans in defi auch ganz grob gesagt ein flashloan das ist ein darlehen das man auf der blockchain nehmen kann das unbesichert ist man muss keine sicherheit hinterlegen man kann also einfach nur das geld abheben man muss dafür zinsen zahlen und man muss es schaffen diesen flashloan in derselben transaktion zurückzuzahlen und wenn man das nicht schafft diesen flashloan zurückzuzahlen dann ist die ganze transaktion ungültig dann ist das also so als wenn dieses darlehen nie passiert wäre das kann man also als normaler defi user gar nicht nutzen weil man hier mit metamask eben jede einzelne aktion die man hier macht es eine einzelne transaktion also das bedeutet wenn ich jetzt hier also mir ein flashloan nehme dann wäre das eine transaktion und dann kann ich schon nicht weitermachen weil ich müsste quasi in derselben transaktion den flashloan auch wieder zurückzahlen so dass also mit normalen mitteln die wir so zur verfügung haben normale user kann man da eigentlich gar nichts machen das kann man nur nutzen wenn man programmierer ist und man kann dann ein computerprogramm schreiben dass eine einzelne transaktion so zusammenbaut dass am anfang der transaktion dieses darlehen genommen wird das unbesichert ist in nahezu unbegrenzter höhe und dieses darlehen das muss man dann am ende der transaktion wieder zurückzahlen inklusive der zinsen die anfallen flashloans werden eigentlich immer wieder und wieder und wieder für irgendwelche exploits und irgendwelche hacks genutzt das ist eigentlich also für die hacker ein absolutes ein unglaublich wertvolles tool weil man hier nämlich protokoll schwachstellen nutzen kann oder programmierfehler nutzen kann ohne dass man selber viel kapital mitbringen muss das kapital leitet man sich einfach man macht wickelt alles in derselben transaktion ab und wenn man dann erfolgreich war mit seinem heck dann hat man natürlich viel geld und kann dies auch davon diesen flashloan wieder zurückzahlen und der rest der dann übrig ist den behält man und das haben die auch gemacht das sieht man unter anderem auch hier ist die entsprechende transaktion auf der blockchain mit bscsc kann kann man sich die aufrufen und hier sieht man also das ist eine einzelne transaktion und man sieht hier schon der ganze heck das sind alles einzelne vorgänge einzelschritte und das sind richtig richtig viele also ich würde sagen hunderte geschätzt die alle in derselben transaktion ablaufen wo immer wieder in diesen sparten pool eingezahlt wird wo man also oder ein swap macht wo man also im prinzip sparten ein zeit bnb rausholt oder umgekehrt und dann irgendwann auch selber in den liquiditäts pool ein zeit das sieht man hier zum beispiel um einfach diese preise auf brutale art und weise komplett zu verschieben so dass dieser pool quasi wenn man es mal so bildlich ausdrückt nicht mehr weiß wo oben und unten ist und die preise alle nicht mehr richtig berechnen kann und das ist natürlich der moment wo der hacker dann wo die hacker das dann eben entsprechend zu ihrem vorteil nutzen also das ist hier sieht man dass es sind unglaublich viele transaktionen die immer passieren und da sind immer so hier eine millionen hier 500.000 dollar werte eine millionen 500.000 immer wieder wird hier geswappt bis der preis irgendwie nicht mehr stimmt dann wird hier wieder was in den pool eingezahlt der ganze pool zustand wird hier durcheinander gebracht und den flashloan den sieht man hier auch als erstes da sieht man es also ich hatte ja gerade gesagt 10.000 bnb ist eigentlich nicht richtig wie es in dem rekt artikel heißt es wurden 100.000 bnb genommen den flashloan den gibt es bei pancakeswap und den gab es hier also bei pancakeswap und es gibt aber noch andere plattformen wie zum beispiel aber auch wo man flashloans nehmen kann um dann solche sachen hier zu machen die flashloans haben noch ganz andere sinnvolle anwendungen aber unter anderem kann man also ein flashloan eben auch wirklich sehr gut für solche sachen hier verwenden so und hier ist also die erste transaktion ist dieser flashloan da wurden 100.000 bnb quasi geliehen und die letzte transaktion also nicht transaktion sondern die letzte aktion in dieser transaktion das ist es wurden wieder 100.000 bnb zurückgezahlt hier ist also der flashloan dann wieder zurückgezahlt worden und da sie kommen noch 260 bnb drauf weil dieser flashloan natürlich auch zinsen kostet also hat haben die hacker hier 260 bnb an zinsen gezahlt um diesen ganzen kram hier abzuwickeln und natürlich haben sie irgendwie die 260 bnb aus der beute die sie da gemacht haben genommen und dabei sind also dann assets im wert von 30 millionen dollar abhanden gekommen die liegen jetzt man hat dann also ein bisschen seine spuren verwischt und die liegen dann also in jetzt zum beispiel in gewappten bitcoins irgendwo rum und es ist sicherlich spannend zu sehen was wie diese assets jetzt also verschwinden werden denn die müssen das ja so machen dass man sie nicht findet also dass man diese ganzen dass man also jetzt die spuren die hinterlassen haben nicht weiter verfolgen kann das werden die aber schaffen in den in der regel ist das eigentlich die leichtere übung so was hier zu strukturieren das ist im prinzip so die kunst man muss also sagen das ist jetzt nicht irgendwie geld dass die hier fürs nix tun bekommen haben sondern da da steckt auch schon einiges an know-how hinter also auf jeden fall auch hier hut ab für diesen absolut intelligenten bankraub der hier stattgefunden hat jetzt die nächste die nächste frage ist also was muss man jetzt tun wenn man davon betroffen ist also ganz klar gesagt wenn ihr direkt betroffen seid also wenn ihr hier in diesem pool drin war dann könnt ihr eigentlich überhaupt nichts tun man kann hier höchstens noch ein bisschen jetzt im twitter von spartan protocol drin bleiben und mal gucken vielleicht manchmal passieren ja so verrückte sachen dass die hacker dann das dort wieder zurückzahlen oder dass man derer habhaft wird irgendwie und mit ein bisschen glück bekommt ihr dann irgendwie ein refund das ist extrem unwahrscheinlich aber wenn es einen gibt dann wird das natürlich hier auf dem twitter von spartan irgendwie angekündigt also solltet ihr da vielleicht ein bisschen am ball bleiben die andere sache die man tun muss jetzt wenn man also nicht betroffen ist von diesem heck mit dem bnb pool ihr müsst wenn ihr also zum beispiel in einem anderen pool hier drin seid ihr müsst auf jeden fall eure assets hier raus ziehen ihr müsst hier rausgehen weil dieser bug ist mit sicherheit auch in diesen pools hier noch drin das heißt also diese pools lassen sich auf jeden fall weiter ausbeuten und das heißt also raus da ne also nehmt eure liquidität weg und jetzt kommt was besonders dummes was besonders blödes finde ich und zwar wenn man jetzt hier raus will wo ist hier der button bond ist es nicht join ist es nicht und swap ist es nicht ja gibt es hier einen remove knopf gibt keinen den gibt gab es noch nie das ist einfach nur so eine ui dämlichkeit also so eine user interface dämlichkeit die hier irgendwie drin ist und zwar kommt man da raus indem man irrsinnigerweise auf join klickt also wenn ihr aus diesen pools raus wollt klickt auf join auch wenn ihr eigentlich lieber da raus wollt und dann von hier aus kann man über remove eben aus diesen pools hier seine liquidität rausziehen das also jetzt hier als wichtiger hinweis seht zu dass ihr hier land gewinnt bis irgendwie ein patch draußen ist und bis das ganze also hier gefixt ist die andere sache die man eventuell machen kann die ich aber definitiv jetzt nicht empfehlen würde was ich früher immer gemacht habe in einer alt in der marktphase die also jetzt bis vor zwei drei wochen war nämlich in der phase wo im prinzip wir zwar im bull market sind aber noch nicht am peak vom bull market da hätte ich jetzt hier beim dip tatsächlich nachgekauft denn also ich hätte mir ein bisschen angeguckt wie hier mit dem protokoll mit dem hack umgegangen wird sowas hier hätte mich eher abgeschreckt aber normalerweise zum beispiel beim cover protokoll war das so das wurde gehackt im dezember glaube ich 2020 und dann ist der kurs abgestürzt und habe ich sofort nachgekauft weil ich das cover protokoll gut finde und weil diese protokolle und diese teams hier zwei drei monate zeit zwei drei monate später es schaffen meistens irgendwie die dieses diesen verlorenen boden wieder gut zu machen die protokolle werden dann gepatcht und jeder heck und jeder back wenn er gefixt wird macht natürlich diese protokolle stärker und bei cover wurde das eigentlich ganz gut gehandhabt mit dem hacker es wurde sehr offen kommuniziert es wurde sehr prompt kommuniziert es wurde auch ein gewisses bedauern ausgedrückt was also finde ich doch total wichtig ist so zwischenmenschlich das sehe ich hier beim sparten protokoll echt leider überhaupt nicht das ist irgendwie finde ich die pure arroganz irgendwie hier sozusagen irgendwie ja und jetzt erst recht und nicht mal irgendwie zu erklären man hat hier einen patch man hat hier ein fix weil jeder der das hier liest denkt jetzt irgendwie ja dann gehe ich jetzt ganz schnell wieder in die pools rein und die pools sind nicht gefixt das heißt also wenn der pool wieder voll ist also nichts hindert diesen hacker daran hier nochmal alles leer zu machen dass also das würde ich das hätte mich auf jeden fall davon abgehalten zu kaufen macht das also meiner meinung nach meine meinung ist jetzt irgendwie also quasi nur ein gedanken anstoß für euch ich finde man sollte das nicht machen vor diesem hintergrund aber es ist natürlich eine chance weil wenn dieses protokoll das jetzt übersteht und dann also ein vernünftiges neues produkt auf die beine stellt kann das ja sein dass das richtig dass dieser kurs hier nochmal richtig durch die decke geht ja das als stichwort da möchte ich noch kurz ein zwei sachen zeigen und zwar gibt es hier auf der seite blockchain center.net den bitcoin rainbow chart von meinem letzten video der wo man also sieht wir befinden uns hier schon in einer etwas heißeren marktphase wir sind also hier was den bitcoin angeht in dem bereich wo wir hier an diese market peaks kommen die also dann quasi den anfang eines bear markets einleiten man sieht hier ist man ist schon im orangen bereich wenn wir im roten bereich sind dann ist zumindest aufgrund der erfahrung der vergangenheit die wahrscheinlichkeit hoch dass wir in einem bear market danach ankommen man sieht dass das mitunter sehr sehr schnell geht wenn also die kurse oben am peak ankommen dass sie sehr stark abfallen natürlich ist dieser rainbow chart hier nicht eine garantie also das keine wissenschaftlich präzise vorhersage sondern das ist einfach nur irgendwie so ein chart der einem so ein bisschen orientierung geben darf deshalb also meine mein vorgehen hier zurzeit ist ich nehme profite mit take profit wir haben gesehen der ether ist schon wieder auf einem all-time high das ist jetzt schon das vierte mal innerhalb von zwei wochen dass wir ein all-time high erreichen was die ganzen letzten monate nicht war das heißt take profit man muss wirklich sehen dass man irgendwie ein bisschen geld vom tisch drunter nimmt wenn die kurse so oben sind denn die wenn das ganze sich umdreht dann geht es meistens sehr schnell innerhalb von ein zwei tagen sind die preise dann schon meistens 50 prozent runter das war zumindest in der vergangenheit so also sie zu bitte denkt dran nehmt irgendwie gewinne vom tisch wenn ihr welche habt andere metrik die man hier auch sehr schön sieht ist der altcoin season index hier kann man also sehen sind wir schon in der altcoin season was das ist und so weiter in meinem letzten video von sonntag da hatte ich aber noch nicht diesen chart hier der das sehr schön zeigt hier wird also quasi hier gezeigt sind wir jetzt schon in der altcoin season ja oder nein und man sieht hier definitiv sind wir in der altcoin season wir sind sogar hier in dem knallroten bereich der altcoin season hier 96 vom index wie der genau funktioniert und so müsst ihr euch mal selber anschauen und das heißt also möglicherweise sind wir an einem market top angekommen möglicherweise aber auch nicht weil diese ganzen charts und indizes hier die sagen eigentlich immer nur irgendetwas aus was im rückblick hier mal funktioniert hat aber die zukunft ist ja ungewiss und diese charts können einem nicht die zukunft voraussagen die können einem nur infos über die vergangenheit geben und aus der vergangenheit kann man lernen man kann also sehen naja wir waren hier also schon mal in der altcoin season und dann sind die altcoin preise alle runter gegangen und der bitcoin gestiegen und jetzt wiederholt sich das ganze bitcoin sinkt beziehungsweise bleibt stabil altcoins gehen durch die decke die bitcoin dominanz die sieht man zum beispiel bei coin gecko auch hier bitcoin dominanz 46 prozent in der regel ist die bitcoin dominanz bei über 50 prozent und das deutet an dass wir also in der altcoin season sind die altcoin season die ist am ende des bull markets in der regel also noch mal das sind alles indikatoren die darauf hinweisen nehmt gewinne vom tisch wenn ihr welche habt nicht alle nicht panik sondern langsam aber sicher entnehmen kurse beobachten und da auf nummer sicher gehen wenn man gewinne hat bevor die verloren gehen durch einen drastischen einbruch der preise der womöglich womöglich in den nächsten wochen kommt das jetzt von meiner seite bitte drückt noch auf den like button wenn euch diese videos gefallen wenn ich mehr so aktuelle videos machen soll wenn ihr fragen habt schreibt die in die kommentare abonniert meinen kanal dann bekommt ihr auch mit wenn ich solche videos veröffentliche ich wünsche euch jetzt noch alles gute bis zum nächsten video bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal abonnet bis zum nächsten mal